Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu unserer Sendung Montagsansichten. Diesmal ist es der Montag nach Aschermittwoch, aber wir wollen Ihnen das zeigen, was am Fastnachsdienstag geschehen ist und wie immer wieder in Zweibrücken toll ist, der Faschingsumzug. Wir denken aber auch daran, dass Aschermittwoch ist und mal was kritisch gesagt werden kann. Und da gehen wir gleich zum Umzug und da muss ich, obwohl es Ihnen ja viel Spaß macht, sagen, wir müssen den Weg des Umzugs wieder ändern. Wieder zurück dorthin, wo es war, die Tribüne vor der Alexanderskirche. Denn wie Sie sehen, da waren ja Strecken, da stand gerade eine Person. Doch sehen Sie selbst, wir machen das. Also, alle hopp! Auf zum Faschingsumzug. So hieß es auch in diesem Jahr. Und ich bin da runtergetippelt, wo ich immer hingegangen bin, zur Tribüne vor der Alexanderskirchen auf dem Alexanderplatz. Doch die Tribüne ist weg. Ja, da habe ich angefangen zu suchen. Zwischen diesen Massen war sie nicht versteckt. Sie war wohl anderswo, drunten, vor dem Rathaus. Also beachten Sie bitte, hier, wo früher der Umzug vorbeimarschiert ist, auch jetzt noch, da stauen sich die Massen in zwei und dreier Reihen. Aber dann, nach dem Schloss, ist nichts mehr. Und bis zur Tribüne am Rathaus wäre. Und dort, am Rathaus, kommt auch nur Schwerstimmung auf. Ich will damit nicht nur rummeckern und den Umzug schlecht machen. Nein, er war wieder toll. Nur die Streckenführung, die führt ins Nirvana. Da vom Schloss endete der Zug früher. Da haben sich die Gruppen aufgelöst. Und heute geht es weiter am Schloss vorbei. Aber da machen die Bürger einfach nicht mit. Und da könnte man diesen Streckenabschnitt einsparen. Und zum Erhalt, zur besonderen Attraktivität des Umzuges. Die Tribüne wieder zurück an die Alexanderskirche. Den Turm sehen wir ja, wie weit hoch zu ist. Und dann käme wieder die alte Stimmung auf. Bei unserem wunderschönen Faschingsumzug. Der mit so viel Engagement gestaltet wird. Von den vielen Gruppen, von den Kindern und Zuschauern. Und die haben das einfach nicht verdient, hier diese lange Zeit vorbeizumarschieren. Ja, und die Justiz schreit da rum. Ja, die einzigen Zuschauer in dieser Straße. Die Justiz. Also beurteilen Sie selbst, liebe Zuschauer. Da ist doch niemand. Da kann doch kein Faschingsumzug durchmarschieren. Das sollten wir ändern. Aber jetzt hören wir auf mit den Verbesserungsvorschlägen und genießen den Faschingsumzug an der Tribüne. So, die erste Suchnummer. Ganz freundliche. Im blau-weiße Partygust. Vielen Dank. Ach, noch nicht. Das sieht gut aus. Vielen Dank. Das ist gut um uns umfassen. Und da steht. Die musikalische Leitung hat Björn Weinmann. Um die Stadtkabelle. Drei kräftige. Alle. 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 Vielen Dank, ihr Gute. Oh, Susanna. Neben Stefan Müller. Und das Maurergärtchen. Die Blonde. Also sicher Rotlicht. Rotlicht Milieus. Passt nicht. Alle. 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 Liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer. Wir kommen da ja. Die Abschaltlöfe geht's. Wir sind im Ratheldon. Hier fehlt der Herr Steiner. Wo ist der Herr Steiner? Der Schneider, wo ist er dann? Der Schneider fehlt. Wir begrüßen ganz herzlich den Karnevalverein Zweibrücken. Der Schneider hat die Schweizer Neubauern, die Post gemacht. Alle hopp, da kommt noch das Männerballett, das gemischte Ballett, die Tanzzwerge und alles, was dazu gehört. Alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp, es geht weiter. Alle hopp, wir begrüßen ganz herzlich die CDU-Zweibrücken. Wim, jetzt muss ich runter, Wim, Dr. Gentsch, Peter Gau, dann haben wir den Pascal Dala, wir haben den Beckmann-Herberg. Du bist die Second-Hand-Lady. Das war jetzt die Revanche, hast du noch vorgeschickt? Auf die CDU, drei kräftige, alle! Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat dorst. Der Sultan hat dorst. Tam, tam, nimm den goldenen Ring von mir. Tam, 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 waka, 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 waka. von Michael Mack. Auf die Trophelschule. Drei kräftige Alle! 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 Vielen Dank. Und schon kommt die Farbe ins Spiel. Mir begrüße ganz herzlich den Gemeinsamhandel Zweibrücken unter der Leitung von Herrn Andreas Michel. Herzlich willkommen und vielen Dank fürs Mitmache. Auf die Gemeinsamhandel. Drei kräftige Alle! 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 Vielen Dank und Ausmarsch! Alle! 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 Vielen Dank fürs Mitmache. Ihr seht toll aus. Tolli Grupp und auf euch. Drei herzliche Alle! 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 Vielen Dank! Schädes Bild! Schön. Ja. Schon gut. Schon gut. Schon gut. Wo kommen die ja her? Aus dem Wald, gell? Ja. Ach, Herr Schmiller, das Caritas Förderzentrum unter der Leitung von Winfried Hoffmann. Herzlich Willkommen! Halle, hoffs! Halle, hoffs! Halle, hoffs! Bis nächste Jahr! Das Auto ist Lisbeth! Unser Auto ist Erna und das Do ist es Lisbeth. Das kleine Auto steht zur Werbung für das Oldtimer-Treffen in Zwebricke am 6.9. Mehr geeichte Termin und jetzt kriegen wir noch gesunde Orange. Was? Wo ist denn The Darks Wader? Ich bin dein Vater. Nee, deine Mutter. Ganz toll! Vielen herzlichen Dank! Ihr seht ganz toll aus! Halle, hoffs! Halle, hoffs! Halle, hoffs! Und jetzt präsentiere ich voller Stolz die Klubgemeinschaft Hasensteig 2 Drittel. Halle, hoffs! Halle, hoffs! An ihrer Spitze, Vizepräsidentin Estelle Eckerlein und unser erster Vorsitzender Steffen Müller. Halle, hoffs! Halle, hoffs! Ganz vorne kommen unser Lollipops. Dann die Jugendgarde, gefolgt von der Juniorengarde. Halle, hoffs! Halle, hoffs! Halle, hoffs! Halle, hoffs! Unser Ehrenpräsident Klaus Ries. Halle, hoffs! Halle, hoffs! Und ich darf vorstellen unsere Prinzessin, unsere Tollität, Luisa I. vom Hasensteig. Halle, hoffs! 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 Gesinnern. Selber schuld, wenn du bei der Frau mir dann stehst. Und auf der CGH und die Dancing-Mamis und alle Gruppen, die dabei waren. Drei kräftige. Alle. 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 So ist alles beisame. Wir begrüßen ganz herzlich die FPG, die freie Wählergemeinschaft. Beibrücken, unter der Leitung von Werner. Alle. 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 Und jetzt komme. Immer dort, wo es brenzlig wird. Das sind sie. Und ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an alle Helfer. Stellvertretend, Heidi in Zwebrige. vom Technischen Hilfswerk Zwebrige. Und da kommen die Kleinen, die Werra Aschen zum Helfer dazu. Jawohl. Nur so geht's. Alle. 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 Und gleich komme die Nächste um die Kurve. Wir begrüßen ganz herzlich. Oh, vielen Dank. Das ist ein magischer Zauberstab, Prinzessin. Also, Halme in Ehre. Nächster bring ich sie wieder mit. Vielen herzlichen Dank an die BNZ-Lebenshilfe unter der Leitung von Frau Aust und Frau Rabel. Herzlichen Dank. Alle. 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 Und wir begrüßen ganz herzlich den humoristischen Fasnachtsverein mit Ihrem Präsidenten Mark Halb. Herzlich willkommen. Alle. Halb. Alle. Halb. Ihr Sch... Au. Und wir begrüßen ganz herzlich. Wir begrüßen ganz herzlich die ökonomische Sozialstation Freiburg unter der Leitung von Katrin Hohmann. Genau. Wir sind doch alles Engel. Auf die Gute. Drei Kräftige. Alle. 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 Die schwarze Hosehaare unter der Leitung von Erich Gingrich. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank. Also, treue Gruppen. Auf die schwarze Hosehaare von Prinzchen Hause. Drei Kräftige. Alle. 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 Oh, was ein feiner Mann. Bist du der Bachelor? Da krieg ich eine Hose. Eine Hose? Ich nehme diese Hose sehr gerne an. Hallo. Alle. Alle. Hopp. Alle. Wir begrüßen ganz herzlich die Zweibrücker Fashion-Aufklett unter der Leitung von Christina. Wir begrüßen ganz herzlich die Oppe auf dem Flugplatz in Zwebrücke unter der Leitung von Herrn Cibola. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Aufs Katerhaus. Drei Kräftige. Alle. 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 Und Vollgas. Wir begrüßen ganz herzlich die Zweibriger-Fasenacht-Freunde mit ihrem Prinzchenpaar. Prinzessin Lea Michel und Prinz Eike, die Ersten und ihrem Vorstand Simon Klaus und der Präsident, also Simon Nikolaus und der Präsident Andreas Berschmann. Herzlich willkommen. Alle. 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 So ist jetzt der Andreas Berschmann und der Vizepräsident Karl-Heinz Lang und der, der im Sub-Wählschaft und der Schönling Gisado. Und wie lange sind Sie schon dabei? Wie viele oft tun Sie? Wir sind jetzt genau 30 Jahre, ich war schon dabei, hin auf dem alten Platz, hin auf dem Sub-Wählschen hier, wechseln. Ist der Platz doch gut? An der Alexander vorne an die Katholische Kirche war niemand. Nix, weil es im Stand gar keiner gestanden. Da hin und her an der Rennwies her, kann ich vergesse. Der Weg ist unethisch, es möchten wir fangen wieder an dem Festtal Hann und Ferro und all die Strecke. Rübrin vorne an der Alexander Kirche. Wir begrüßen die Littrischste von Zweibrücken. Wir begrüßen als nächste Gruppe die Rotenberger unter der Leitung von Karl-Heinz Strassner. Herzlich Willkommen! Stehen Sie nach uns, wunderbar! Stehen Sie nach uns, wunderbar! Stehen Sie nach uns, wunderbar! Und auf die Rotenberger! Zweikraftliche! Alle! 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 Oh, ihr seid Lehrkraft! Schön, dass Sie dabei sind! Und wir begrüßen die Humanitas Pflegedienst. Vielen herzlichen Dank! Alle! Auf diese tolle Gruppe und ihr wertvolle Arbeit. Drei kräftige, alle! Wir begrüßen ganz herzlich die Freizeitgemeinschaft Wolfsloch unter der Leitung und Neva Marsteder ihren Präsident Steven Schneider. Herzlich willkommen! Ohne dreifach kräftiges, alle! Die Nummer 27, ihr sind die grüne Jugend! Jawohl! Vielen Dank für das Mitmachen und auch auf euch, zwei kräftige, alle! 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 Mit so einer Juren, da kann uns nichts passieren. Oh, und da kommt wieder ein ganzer Haufen junge Leid. Wir empfangen den Internationalen Bund, also das Bildungszentrum, IB Zwebrige unter der Leitung von Herrn Thorsten Wolf auch für eure Arbeit. Herzlichen Dank, wo das ganze Jahr verrichte. Sehr wertvoll. Vielen Dank. Und auf Sie B, zwei kräftige, alle! Hoch! Alle! Hoch! Alle! Hoch! Hoch! Sie haben jetzt halt gar nicht geredet, ne? Aber lieber an ihr so Ahnung. Wer wollte mich totfahren, hä? Rauch mit dem Kürterschein fort! Der hat gar keine Nähe, ich will. Das ist eine Karte. Da ist eine Karte. Das ist ein Karte. Achtung. Achtung. Ein, zwei, 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 drei. Das Gasthaus Sutter. Herzlich willkommen! Kann ich noch etwas trinken dabei? Oder nichts mehr? Bitte nichts mehr. Und dabei ist... Moment, Moment, ich bin ja ganz kalt. Der Herr Peter Rohr. Wie stut er es? Du! Herzlich willkommen, Peter, mit Gefolge. Vielen Dank, was mitmachen, dass nach des mit durchgezogenen Abends gefährlich war mit dem Wetter. Vielen Dank. So, und es geht weiter. Bei einer Plotikauke. Wir empfangen die Kölnermatage. Und in der Leitung von Ralf Reinke. Rufete Ralf Reinke an. Der macht alles weiß. Am allerliebsten baut er die Bette ab. Ein herzliches Dankeschön, Ralf und deine Gruppe. Und drei kräftige. Alle! 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 Vielen Dank. Bis nächstes Jahr. Bis zum nächsten Mal. Die Zugabe kommt, aber ich stelle sie eher schon vor. Die wissen, wie man Musik macht und Stimmung macht. Die haben tolle Kostüme an. Hören sich saugut an. Der Name, was er ruft, ist jetzt, wie ich mich heute anhehe. Die Fönix Krechzer. Auf Ralf Stehen. Die Fönix Krechzer. Alle! 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 Und Grise mal herammstehen. Komm, gut, empfiehlen, dann was mitmachen. Ganz toll. Und jetzt dürfen wir noch spielen. ... Die Fönix Krechzer. Das war gut. Wir können jetzt gerade so weitermachen, aber will ich was machen? Wir wollen auch nehmen. Das ist uns zu anstrengend. Und kennen kann man es recht machen. Und deswegen lassen wir jetzt wieder euch. Wir haben euch halt gehört und deswegen vergeben wir euch kurzzeitig die Macht. Wir kommen wieder, keine Frage. Und nächstes Jahr? Und nächstes Jahr? Das hast du heute gut gemacht. Ich habe gesagt, mal ohne Rehn. Das hast du prima gemacht. Und nächstes Jahr bitte noch ein bisschen mehr Sonnen. Nächstes Jahr war nicht so toll. Das ist ein bisschen ohne Rehn. Nächstes Jahr mit Sonnen. Einwandfrei. Machen wir so. Du horchst auf uns. Das ist optimal. Ich habe sonst eh keine Chance bei dir. Bei mir nicht. Oh, ah, flink sich kommt die Sonnen. Was soll ich bitte? Soll ich kein Selfie machen? So, Achtung. Lauf zum Volker. Drei kräftige. Alle! Hopp! Alle! Hopp! Alle! Oh, danke. Bitte. Flugende. Haben schön auf uns aufgepasst. Am Anfang und am Schluss. Haben wir alle Bilder gemacht, ja? Alle! Alle! Hopp! Alle! Hopp! Alle! Vielen lieben Dank! Danke! 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 Und an die Zuschauer. Wir haben am Anfang gemeint, wir retten vor leerem Platz. Alle! Danke, dass wir gekommen sind. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Wir haben ja einfach Sprachkrieg, es gibt wieder gutes Wetter. Also, tschüss und bis nächstes Jahr! Wir freuen uns auf geht und sehen uns auf auf! Na, na, na na na! Ich bin einmal Katzen wie gesagt und auch wir reden вес gehen! Also, Pause mit viermalen. Na, na, na na na'?! Ich gut ganz daneben. Na, na, na 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 te, dannascheати grupo institute sehr im millones Doch bald ist wieder Aschermittwoch und der einsames Soldat steht am Volker Strand und weist darauf hin, dass Kehraus ist und dass wieder ernstere Seiten erklingen. So auch hier bei uns, bei unserer nächsten Fastnachts-Sendung und zwar Aschermittwoch-Sendung. Da werden wir vielleicht auch einmal ein paar deutliche Worte sagen, wie sonst auch. Und noch ein Küsschen!